Servus Leute, ich habe mir gerade überlegt, ich mache einfach mal spontan einen kleinen Livestream. Da hatten wir ja schon einige, die da angemeldet haben, dass sie zugucken würden. Ich habe nicht viel zu sagen. Gucken einfach hin. Bei einer Bockhahn ist es gar nicht so einfach, als Neuensteiger oder Wiedereinsteiger überhaupt Leute dazu zu bekommen, dass sie in einem Livestream gucken. Oder dass sie die Videos gucken, weil da habe ich schon nicht ganz so viele Aufrufe, natürlich immer nur so um die 30, 40 Aufrufe. Aber mal gucken, wer kommt. Allez.